Pipi-Mann, in die Vagina schieben. Uuuuuh, da steh ich drüber! Haha, ja. Genau. Ja, ich erkläre das wie bei der AA. Letzte Folge aus der ersten Staffel Weiß-Hauspark. Hm? In dein Pupu, in die Fufu. Achso, in die Fufu? Ja. Was ist denn ein Fufu? Weiß ich nicht. Und dann musste Jesus einen DNA-Test machen. Um zu gucken, ob das Cartman's Vater ist. Genauso wie sein Lehrer. Und wie... Ich war das noch, Chefkoch war noch. Und alles. Nice. Eigentlich, alle allmännlichen Charaktere in South Park mussten DNA-Tests machen, um zu gucken, ob der Cartman's Vater ist. Mein Gott, wollt ihr unbedingt wissen, oder was? Ja. Ja, kommst du zu einer Mutter an. Ich hab ne Frage. Ja, was denn? Clyde hat nen Vater. Kyle hat nen... Ne. Clyde hat nen Vater. Kenny hat nen Vater. Der Jude hat nen Vater. Der Jude hat nen Vater. Ja, geil. Ja, was ist jetzt deine Frage, Schatz? Wer zum Verdammten denkt, der ist mein Vater! Äh, gib mal bitte die Kohle, ich brauch das für den Ofen. Ah, okay. Kostet 21. Von 21. Oh, ich... Cartman ist mein Vater. Aha. Ich bin dein Vater. Didi-di-di. Didi-di-di. Volker ist auch bei der Folge Make Love No Warcraft, wo der Vater das Schwert geben soll. Hier ist das Schwert. Wie gebe ich das? Ah, Patrick, hier. Betteln! Juhu! Fleisch. Erstmal fressen. Ach, boah. Jetzt hab ich vergessen, mir die Dinge zu machen. So, dann klatsch ich mal oben direkt auch mal sechs Eisen hin. Mach ich da, da so. Juhu, Eisenspitze. Drei davon. Ich nehm mal einfach mal zwei Glücks noch raus, weil ich draus bin. Weil du einfach deine Mutter... Weil wegen deiner Mutter... Weil wegen meiner Mutter... Weil wegen meiner Mutter... Mh... Weil wegen... Meine Mutter? Ja. Okay. Ja. Ja. Ja, ich weiß. Ja. Nein, ich weiß. Ja. Nein, ich weiß. Wirklich? Nein, ich weiß. Das weißt du ernsthaft? Nein, ich weiß. Ist nicht zu fassen. Ja, ich weiß. Dass du das ernsthaft weißt. Ja, ich weiß. Alter Vater. Ja, ich weiß. Ich tue es mir echt leid, dass du so etwas weißt. Ich weiß. Also. Okay. Macht Sinn. Nein, ich weiß. Ah, die Frage ist ja. Ah, ich weiß. Ah, da, 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 da. Nein, nein, nein. Arschweck. Ich mach keinen Arschweck. Aber Schnellfeck? Ja. Machst du. Aber Schnellfeck. Und wenn ich den Schnellfeck in den Arschweck mach? Ne. Kohle. Oh, oh. Brauchen wir. Jawoll. Erstmal komplett die Viererwand hier voll, oder? Jo. Alter. La, 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 la. Bauen wir doch mal die Kuh da. Schau, 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 schau. Guck mal, die Decke. Exakt jetzt. Oh, kacke, ey. Ach, kacke. Ach, fuck, diese scheiße Eisen, ey. Boah, überall sind Rohstoffe. Ist das ein scheiß, ey? Das ist ja gar keine Herausforderung mehr dahinter. Du hättest halt lieber Kies gehabt, ne? Ja, wirklich. Friede sei mit ihm. Jetzt halt ist mein ganzes System kaputt, wie ich immer die Kacke runterbaue. Hast du noch einen Durchblick? Hä? Ja, ne? Ja, klar. Habe ich einen Durchblick. Und du hast den Eisen aufgesammelt. Nein. Doch, ich habe ein Eisen aufgesammelt. Warte, ich hebe jetzt das nächste Eisen auf. Lol. Oh, sorry. Das war nicht extra. Oh, sorry. Er spricht erst mal bei der Schlaglinie. Sorry. Ja, aber ich habe auch geschlagen, deswegen. Oh, mein Gott. So, jetzt ist jeder dein System fertig. Gut. Weil du zu dumm bist, um mir deine Verbeißung zu machen. Noi, ich wollte. Noi, ich wollte. Mama, bitte. Affen. Nee. 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 Möchtest du echt nicht? Ey, das Eisen. Ach, Eisen, ey. Ich hätte lieber Kies. Kies kann man mich viel, viel mehr anfangen. Man kann Kies auf Kies setzen. Dann unten den Kies wieder abbauen, dann wieder das auf Kies setzen. Siehst du, wie vielfältig Kies ist? Mhm. Boah, ich habe schon wieder elf Eisenerze, ey. Ich zwei. Warte, 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 warte. Du hast nicht elf. Du lügst. Okay, warte, ich gehe erst mal kurz oben, äh, in den Ofen. Alter. Da ist ja fast der ganze Sprungadventure mit mir nach oben, ey. Ach, ihr habt ja vom. Warte. Noch 39 Blöcke müssen wir runter. Warum noch 39? Weil wir dann komplett am Boden sind. Dann nie wieder runterkommen. Achso. 39 Blöcke sind wir ganz unten. Okay. Kein Glück. Ich bin ein Dreck-Zombie, ich mach leer. Ich hab' ja auf dir. Ich hab' ja auf dir. davon genug haben wir nicht okay das stimmt wer möchte nicht genug das ist noch nicht viel kannst du 20 20.000 schweizern machen kannst du ja 5 also rüstungen machen wir haben acht wir mit 8 eisen komplett durch 18 eisen entschuldigung so ich habe acht wieder abgebaut hier gar kein zum hier hatte ich ja kurz lauter im minecraft hat nur kreaturen und ding ist unterstehen bei einer mehrheit so feindliche kreaturen ich glaube ich auch nicht so laut oder ich hab geändert jetzt auch feindlich habe ich komplett hochgemacht immer was vorbeigeben damit ich die höre jetzt im fixe ausgespawnt sind das stimmt war das nicht kamst du ins hausland dann ging das echt ärgerlich rechts von dir ist kohle und links bei mir ist es was ist denn hier los gut wir sind auch für 34 na gut freilich wenn wir über 13 oder so jetzt sind kann man mich die chance auf die haben wir 13 ab 13 mal nicht okay naja und welche höhe sind wir jetzt drück f3 und guckt den y wert dann siehst du welche auch noch auf 30 da bist du noch nicht viel links von uns ist die höhle ist egal wir brauchen einfach weiter runter ja klar verlinkst an uns durch den typ du hast ja wird nur sagen wenn wir irgendwann dann bei bedrock angekommen sind machen wir einfach immer einzelgänge abzweige bei der kompletten treppe ja dann habe ich die kosminensystem wieder sein mittel so hui warte wie tief dass sie runter geht das ist immer krass bei minecraft die kracher war ein sport habe ich dann mal spaß gesehen kam dann der junge aus der grundschule zu seiner mutter alle sagen irgendwas von weihnachten da ist irgendwie man kriegt geschenke und blie und bla das antwortet die mutter die lügen alle und du denkst die lügen alle und denk dran am wochennein ist wieder muttertag vor allem wie der muttertag naja die muttertag ist wahrscheinlich bei der wöchentliche jeden sonntag einmal muttertag wo das wäre nice dann würde ich jeden tag jeden tag vatertag machen war das ist auch heute ist vatertag und heute und am freitag sind zweimal vatertag hintereinander ich würde sagen ich habe einfach mal jeden tag geburtstag ja das ist auch geil ist doch viel geiler obwohl ne dann bitte wie alt wärst du denn dann alterung geht jährlich aber geburtstag ist trotzdem jeden tag ja gut das ist natürlich dann gut ansonsten in einem jahr 364 wie alt bist du denn 364 ja man kann krabbelnde menschen sprechen ich bin 364 du krabbelst ich bin 364 ich bin 364 du kannst mir sicher sein ich bin 364 oh mein gott es redet oh mein gott ja auch geil habe ich auch gesehen ich weiß jetzt nicht mehr wo das war da hat so neul gesagt ja also unser kind ist hochbegabt also unser kleinerer sohn der jetzt hat das auch haben wir so nach drei Monaten gesehen wo er dann laufen konnte und schon die ersten weiter sprechen konnte okay läuft mit vier jahren weiß was der da mal eben macht schnappt sich ein buch und dies hat mal eben kurz seit vier jahren ja habe ich nochmal gemacht hä jetzt erstmal in die bibliothek guckste was haben wir für einen netten spiller ja die blutigen die blutige angelegenheit ey höhle alles klar lass uns hier abbauen ich komme mit dem gang noch das passt das passt perfekt man das ist so ein richtiger erdriss wir sind richtig im erdriss wie geil ja ja am anfang weil die rechts ist nix glaube ich doch alter schwede jawoll ich habe sagen erst rohstoff nach oben bringen welche welche ich habe massig stein und ein bisschen eisen kohle ja gut das habe ich auch ich dachte so ist wie in der welt bei uns wo ich dann mal kurz den abgang in die lava gemacht habe weil der fixer sich nicht bei schrift halten wollte deswegen gehe ich meine sachen kurz mal aufbringen ok ich würde sagen weil ich oben bin ist mein frisst komplett ja lalala 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 mhm 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 schnack 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 nein das 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 22 wir haben 40 eisen ohne bringt schwer damit hat schon noch eins nein ich brauche die sind unten ganz viele körper ich mache mir auch noch mal ein Eisenswert mit dir dann habe ich mich noch als stein und ein stein und ein friede sei mit dir krank ich habe gerade einen körper in die luft gejagt alle sind tot bereik CAM ja klar arrohgend und aufgefuckt laufada Lauf 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 laufulauf nicht ja klar für dich ja es auch noch ein paar schweizer gemacht alles gleich gelogen wir brauchen hier einiges kommen kurz mit der stein geklaut alles alles verballern weil wir werden hier alles doppelt und dreifach raus kriegen nein hör auf erst mal sie und er hat das nur gedrückt hat